Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard101. Wir befinden uns, ich glaube, wir sind am Ende. Da schreibt auch schon Mattis, wir nähern uns dem Ende. Klaas. Kommt, mich zu erinnern, in den letzten paar Minuten zu erinnern. Es ist ziemlich eine Chance. Der Kabal hat in diesem Ziel gearbeitet, seit Jahrzehnten. Du hast auch mit den Kronoshards und dem liberatenden Grandfather Spider geholfen. Er hat das möglich gemacht, du kennst. Und jetzt, er macht alles Arbeit. Und keine Chance, wir sind hier ziemlich sicher. Wir werden durch die Spirale Annihilation und in die... Du bist ein kranker, kranker als Grandfather Spider ist. Und du wirst bald wissen, wie falsch du wirklich bist. Ah, ja, ich sprach. So, er hat mich schon wieder gesiezt, ne? Also, das ist ein Heini. Das ist mir ein Heini, du. So, auf in den Kampf, würde ich sagen, ne? Wir sind wieder als erstes am Zug. Sehr schön. Ich gebiete über die Zeit. What does it mean? Was ist das denn? Hä? Die Kabale kann man nicht in eine Falle locken. Wie weit willst du questen? Kritisch. Gegen den Kevin. Weck mir die Bratze. Was war aber jetzt ganz schön viel, ne? Gestern. Das ist so geil. Ich bin zur Arbeit gefahren. Und habe mir auf dem Weg zur Arbeit eine Pizza geholt. Mir die schneiden lassen. Hab dann auf dem Weg zur Arbeit eine komplette Pizza gegessen. Ich hätte das so gerne gefilmt. Das war so ein Erlebnis. Ein schlechter Zeitpunkt, um spät dran zu sein. Welche Strafe kriegst du jetzt? Was? Und wieder? Ist eben der einzig bekannte deutsche Musiker. Und wieder? So, um... Und ihr seid jetzt mittendrin Oh, sorry, ich esse immer noch Oh, halt, oh, halt, stopp Nicht aufgepasst Sorry Irgendwie schmeckt es heute nicht so super Wollten wir für die Gamescom noch extra meine Plauze antrainieren Gott, verflucht, wo ist denn das Prisma Die ganze Zeit Oder was haben die denn drauf Wandelfeuer um in Ja, haben sie ja schon drauf Habe ich gar nicht gecheckt, hätten wir das gemacht Habe ich das gemacht? Ne, weiß ich nicht Auf jeden Fall, was viel, viel wichtiger ist In meinem Fläschchen Mit Vanillesoßen Ist noch ein bisschen drin Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt Wollen wir das jetzt trinken? Nice Ah, ich kann es mir verlauben Ich habe nichts mehr zu verlieren Die Leute, die das hier ewig gucken Die sind mir treu Oder auch viele neue Leute sind mir treu Die nehmen alles so hin, wie ich das hier mache Solange ich nicht nackt vor der Worldcam Vor der Facecam rumtanze Allärm So what? You defeat me You reactivate the portal You enter the sands of time And what? You defeat Grandfather Spider You have no hope That must be the way To reopen the blast Ja, whatchen? Ja Wir legen den Knüppel um. He, he. Moment, ich gucke mal gerade, ob es hier noch was zu holen gibt. Oasen. In Caravan. Berg Jakal. Okay, das habe ich alles übersehen. Das war es schon, ne? Musst du noch in Caravan und Berg Jakal Oasen finden. Wie blöd. Die habe ich irgendwie voll übersehen. Nein, stopp. Halt, stopp. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Man sieht, es ist Obst im Haus. Ich mag ja Fresh Torge eigentlich überhaupt nicht. Ich finde den total doof. Aber er hat jetzt eine Parodie nochmal rausgebracht vom Psycho Andreas. wo er aus der Psychiatrie entlassen wurde. Und muss schon sagen, Respekt. Der kann echt super gut nachmachen. Voll cool. Fand ich echt gut. Ja, 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 hoff ich da labern. Ich will da jetzt hin. Ja. Reklappe die Chronos Shards und die Eier-Mistorie. Welche Kraft, die meine Wünsche haben können, ich schreibe sie mit dir. Der Tod der Mirage und all die Spirale hängen in der Balance. Ja. Gottfriede, Wizard. 630.000 Erfahrungspunkte gibt es dafür. Die interessieren mich nicht mehr, aber danach sind wir, glaube ich, in Empyria. Leute, ein ganz wuschig schönes Weg. Ah! Ja! Yay! Ich freu mich voll. Großvater, ich bin jetzt so zu verhauen, du Arschgesicht. Mallory, du bist eine coole Socke. Ich würde. Es ist eine der Prerogatives von being a Primal Divine Force. Ich kann mich als Petty und Absurd als ich will. Petty, ja, das ist Petty. Ah, look at you, young lady. All grown up, confident und outspoken. Another drop of potential lost amidst this sea of mediocrity. Und you, Wizard. With you, I feel a special kinship at this point. That's why I've prepared a gift of sorts. A surprise from your past. Using the eye of history, I found a few creatures, who soarly hoped to see you again. You'll find them guarding the chrono shards. If you manage to overcome each of them, I'll be waiting with the eye of history. You might want to be quick. Time is slipping away. Du Sack, ich komme. Östliche Zeit, du. Ach, das sind schon wieder solche Sachen. Komm, Freunde. Schnell! Wie siehst du denn aus? Du siehst ja voll aus wie so ein Zauberer aus dem Disney-Film. Tarlack. Ach so. Schattenknochen. 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 Das Sackgesicht, die hatten wir auch schon mal, ne? Schattenknochen. Guten Tag. Der hat doch bestimmt Gegner. Äh, Regeln. Was macht Schattenknochen für böse Sachen? Oh! 32.000? Respekt. Also nicht, dass das jetzt ein großes Problem wäre, aber ungewöhnlich viel. Ungewöhnlich viel. Schatten hier, Schatten da, überall Schatten. Warum handeln wir nicht miteinander? Jetzt tauscht das bestimmt aus. Ach ja. Das alte Leid. Na, immerhin. Plus 80. Shit. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Okay, Klingen kann man sich machen. Die Falle verschiebt er. vertauscht er. Ja. Was macht er jetzt? Schattenpip erhalten. Schön für dich. So dunkel hier, ne? Was ist euch das aufgefallen? Gucken wir mal, was er dazu sagt. Oh, die Cindy hat aber auch viele Lebenspunkte. Habt ihr das gesehen? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tarlac, Anführer. Das ist ja lustig, oder? Bin ich mit Tarlac befreundet? Ups. Das habt ihr jetzt aber bestimmt gehört, oder? So, du, dich brauche ich nicht. Aha. Täuschen machen wir jetzt nicht nochmal. Klapperknochen. Ne, Schattenknochen. Nicht Klapperknochen. Rosi. Ja, wenn Schatten kommt. Ich hab nur einen Superpip, oder? Was ist da los? Kann ich nicht so viel mit anfangen, ne? Ach so. Na klar, doch, jetzt weiß ich warum. Nett. 1.101 direkt mal. Na gut, na gut, na gut. Das verkraften wir noch. Das ist nicht so das Problem. Der rasende Stier brauche ich jetzt hier nicht. Immer auf Schatten warten. Wo ist aber nicht der Chat geblieben? Wo ist denn der Chat geblieben? Ja, 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 Leute. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wenn sie denn jetzt direkt besiegt, wäre das mega geil. Sturmohrn machen. 2.101. Ja, geil. Ja, Leute, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also noch drei Endgegner. Gut. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Macht's gut, ciao. Jana, über۔ Wir kommen. Wir kommen.